Ich bin der Roland Müllberger, ich bin Koi-Händler und meine Domain lautet www.japan-koi-store.at. Die Leidenschaft zu den Fischen oder speziell zu den Koi besteht bei mir schon seit 30 Jahren. Ich habe mir eigentlich gedacht, es gibt nichts Schöneres, das Hobby zum Beruf zu machen. Und habe dann mein Unternehmen gegründet. Die Domain ist ganz wichtig für das Geschäft und ich habe mir eigentlich im Vorhinein überlegt, der Domain-Name muss unbedingt im Zusammenhang stehen mit meiner Tätigkeit oder beziehungsweise mit meinen Koi oder Fischen. Das hat schon eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, weil die meisten guten Domains eigentlich schon weg waren. Für mich war es ganz wichtig, auch ein T-Domain zu haben, weil es gibt einige internationale Mitbewerber. Und das war halt für mich ganz ausschlaggebend, dass der Kunde sofort im Vorhinein eigentlich weiß, dass ich ein österreichisches Unternehmen bin. Ich meine, man kommt natürlich nach einiger Zeit über Empfehlungen oder Mundpropaganda weiter. Aber ohne Domain hat man heutzutage meiner Meinung nach keine Chance, ganz neue Kunden zu gewinnen. Es ist einfach unumgänglich, ohne Homepage geht es nicht. Ich meine, man kann natürlich auch ein T-Domain-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name-Name. Untertitelung des ZDF, 2020